Hallo und herzlich willkommen zurück zur 53. Folge von Project Unstable. Die Musik geht los, das ist sehr schön. Ich sag mal ein bisschen trauer, ich warte mal weiter. Ja. Das ist doch ein bisschen peppiger. So, was hab ich gemacht zwischen den letzten Feuer und dieser? Ich hab die UV-Lightbox aufgestellt. Hab nen paar empty PCB gemacht. Hab hier unten auch mal eingestellt, dass das Ding, äh, dass der Predator Chamber automatisch Transistor und Capacitator rauszieht an der Stelle. Und da können wir auch, oh nein, jetzt piept mein Ohr schon wieder. Nein. Also ihr merkt, es ist Mitternacht. Äh, und dann packen wir mal nen empty PCB mit rein, dass der auch mit rausgezogen wird. Äh, die anderen beiden sind im Moment noch ausgeschalten. Äh, wir werden das später noch mit Redstone-Controller machen, dass wir dann halt sagen können, okay, wir wollen jetzt Plastik herstellen. Äh, aus dem Zeug, was wir halt reinschmeißen und dann wird nur Plastik rausgenommen. Ups. Ich, ich ecke schon wieder gegen Kanten, die sehr knirscheln. Hm. Ähm, ich hab die ganzen Seeds mal runtergeholt, ein bisschen Creeper-Plants und alles mögliche an Plastik gemacht. Denn, ähm, wir werden, da, Minecraft, äh, wir werden heute was richtig Tolles machen. Und zwar, äh, ihr kennt das ja, diese, äh, diese empty PCB, wir müssen in eine UV-Lightbox, dann werden wir zu einem PCB. Und das müssen wir dann in den Edging-Acid-Bucket machen, damit kriegen wir dann Unassembled-PCP. Und dann brauchen wir noch Transistor und Kapazität und kriegen die dringende Circuit-Board. So, äh, die UV-Lightbox braucht eine ewige Zeit. Ich hab noch mal zwei, äh, Machine-Speed-Upgrades gemacht. Äh, es dauert trotzdem lange. Es dauert sehr lange. Und ich hab das dann nebenbei so ein bisschen gemacht, so ein bisschen AFK. Äh, und, nun gut, ja, hab's dann in ein Edging-Acid-Bucket geworfen, damit wir dann hier sieben Unassembled-PCP haben. Warum sieben? Ganz einfach. Ich mach die mal alle. Also mit Transistor und Kapazität, äh, drei Stück von jedem plus ein Unassembled-Printed-Circle-Board. So, noch ein paar übrig. Äh, und zwar werden wir jetzt folgendes machen. Wir werden uns diesen Prozess von wegen UV-Lightbox, werden wir nicht mehr benutzen. Und den Edging-Acid-Bucket werden wir nicht mehr benutzen. Das automatisieren wir uns jetzt komplett. Dafür brauchen wir Printed-Circle-Boards. Äh, elf Pneumatic-Cylinder. Äh, ein wenig Compressed-Iron. Some, some Plastik, oh yeah, some Plastik, some Redstone. Yeah, for, for, for Curl. Oh Gott. Äh, ein paar Pneumatic-Tubes. Und dann brauchen wir auf jeden Fall nochmal drei von diesem Plastik. Ähm, dann brauche ich noch einen Diamant. Und ich hoffe, ich habe sogar Rose-Red hier drinne. Wunderbar. Okay. Äh, habe ich noch einen Hopper? Einen habe ich noch. Brauchen aber leider zwei. Äh, das heißt, ich muss mir doch nochmal fünf Eisen bestellen. Und eine Chest. Gut. Alles lang. So, mache ich nochmal schnell einen Hopper. So. Hopper. Denn jetzt machen wir uns... Warum ist eigentlich so verpackt? Hier nicht... Schon. Warum? Achso, weil es hier was daneben noch hat. Okay. Es ist egal. So, was wir jetzt erstmal brauchen, ist ein Assembly-Controller. Der braucht drei Printer zur Geburt, ein Project-Tub und drei Compressed-Iron. Ich kann das nicht einfach so reinlegen, das stört mich. So. Pneumatic... Äh, nee. Assembly-Controller. Das ist das wichtigste Item, was wir erstmal brauchen. Dann brauchen wir noch einen Assembly-Laser. Der braucht einen Printer-Circuit-Board, zwei Compressed-Iron, drei Pneumatic-Cylinder und einen Rose-Red. Und ich kann auch das nicht einfach so reinlegen. So. Wir kriegen einen Assembly-Laser. Dann brauchen wir noch eine Assembly-Plattform. Äh, das sind drei Plastik-Aus-Propulsing-Plant-Seeds, also das Orange, ne? Äh, zwei davon, zwei Pneumatic-Cylinder an der Seite und wir kriegen eine Assembly-Plattform. Und dann brauchen wir noch zwei Assembly-Io-Units. Ähm, das sind drei Pneumatic-Cylinder pro, wir brauchen ja zwei, also sechs. Zwei Hopper, zwei Print-Circuit-Boards und zwei Compressed-Irons. Ach, wie gut, dass ich das alles schon parat habe. Yippie. Und ich habe gerade gemerkt, den Diamanten brauche ich gar nicht, den hätte ich gebraucht, hätte ich einen Drill gemacht. Aber den mache ich mir später vielleicht mal. So, und dann können wir eigentlich mal anfangen, das Setup aufzubauen. So. Ähm, zuerst einmal, ich bilde mir ein, dass das so war. Ich hoffe, ich irre mich jetzt nicht. Äh, und zwar brauchen wir erstmal ein wenig Druck. Äh. So. Okay, es geht auch so. Gut. Das Ding sollte wieder anfangen, ne? Ja. So, also es geht von oben. Gut, alles klar, da habe ich nichts gelernt. So. Und zwar den Assembly-Controller. Da dran ballern wir daneben so eine Pressure-Tube. Die verbindet sich dann automatisch, was ich sehr gut finde. Ich wusste nicht, ob es von unten ist, aber von der Seite. Ich glaube, von unten dürfte es sich auch verbinden. Das ist ein Texas-Fehler. Und ich merke gerade, ich könnte ja wieder einen Block drumherum setzen. So. Ganz elegant gelöst, dann ist nämlich der Texas-Fehler nicht mehr ganz so schlimm. So, was wir jetzt brauchen, äh, ist noch eine Kiste. Eine normale Kiste, denke ich mal, reicht für die Zwecke, für die sie wieder sind, nutzen. Ich bin dort schon wieder so blöd platziert. So. Die Kiste platzieren wir hier hin. Dann, ähm, Spy-Assembly-Io-Unit. Die Assembly-Plattform kann hier hin. Und der Assembly-Laser ans Ende. Das ist jetzt eine Reihe. Und wenn wir jetzt hier reingucken, bei dem Assembly-Controller, haben wir jetzt hier, äh, Assembly-Io-Unit-Import, Assembly-Io-Unit-Import, Platform-Online, Laser-Online. Also, die Dinger, das funktionieren jetzt zusammen. Ähm, aber das Ding macht jetzt erstmal noch nichts, denn, was wir noch brauchen, ist einmal, äh, ein Assembly-Programm-Laser. Das heißt, wir brauchen, äh, ein, Rose-Red. Und, habe ich dann, ich habe keine Emeralds mehr. What? What the f-? Warum? Ich dachte, ich habe nur Emeralds, das war jetzt so, wo ich mich mitgehalten habe. Macht man sich einmal wieder um nichts sorgen, und dann wird man gleich so enttäuscht. Man kann es auch nicht so leicht herstellen. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ich keine Emeralds hier drinne habe, dann müssen wir uns welche besorgen. Ähm, das würde ich sagen, mache ich jetzt schnell aufschringen. Und, ähm, ich bin gleich wieder da, wenn ich das ganze Zeug habe, was wir brauchen an Emeralds. Bis gleich. So, da bin ich wieder. Ähm, ich habe ein bisschen mit Villager getradet, und wir haben jetzt, äh, alles, was wir brauchen. Und ich wollte nochmal ganz kurz was gucken. Und zwar hatte ich mir zwischenzeitlich Wolle requested. Wo ist die hin? Ich bin wirklich vielleicht falsch. Ich dachte mir, ich hatte nämlich 40 Wolle requested, aber irgendwie kamen nur 2 und 3 an. Hm, keine Ahnung. So. Äh, ein Roaster der Ermittler. Acht Emeralds. Gibt einen Assembly Program Laser. Das ist im Moment ein temporäres Rezept. Heißt es angeblich. Äh, später sollen es Villager traden, aber... Ich weiß nicht, ob das überhaupt noch passieren wird. Gut. Also, Assembly Program Laser. Hier steht es auch nochmal. Be in mind, that this crafting recipe is temporary. Once I give mechanics, äh, my, äh, my craft villages, äh, a place to live, I'll move this crafting recipe and you'll only be able to obtain them while trading. Ja, ähm, aber wir brauchen eh nur das Programm. Das können wir jetzt hier in die Mitte reinpacken. Und Problems. So, Pressure. Alles in den grünen Bereich, aber es macht nichts. Warte. Stimmt. Ich idiotisch, ich muss ja an die PCP reinpacken. Hm, passiert immer nur nichts. Äh, was wir noch brauchen, damit das ganze Ding hier so funktioniert, wie wir das wollen, ist einen Pneumatic Ranch. Und zwar das Ding. Das braucht fünf Plastik aus Bürstplant Seeds, einen Leaver und einen Air-Kanister. Dürfte aber für uns kein Problem sein, den Air-Kanistern alles mögliche zu machen. Also, machen wir mal so. Und so. Und wir haben einen Air-Kanister. Da nochmal ein bisschen Plastik außenrum und einen Leaver in die Mitte und wir kriegen einen Pneumatic Ranch. Charging Station haben wir ja schon mal gemacht. Die bammel ich auch gleich mal hier daneben. Und dann können wir mal das Ding ein bisschen hier mit ein paar Bar füllen. Ähm, die Charging Station kann natürlich, seht ihr hier, schon bis zu 20 Bar haben. Äh, und der Ranch wird nur maximal so hoch aufladen, wie wir maximalen Druck haben. Und das ist bei uns vier. Weil wenn wir auf fünf gehen würden, würde das Ding hier vielleicht explodieren. Das heißt, wir brauchen irgendwas, was mehr Strom sozusagen, also nicht mehr Strom, mehr Druck produzieren kann. Äh, aber das machen wir später. Die zwei Bar reichen uns jetzt erstmal die jetzt hier dran. Und zwar machen wir jetzt einfach auf so eine Assembly Unit. Ups, einmal rechtsklick. Ähm, und sie wird zu einer anderen Unit. Und zwar ist das die Export Unit. Und ihr seht schon, dass, ähm, die Assembly Unit geht in die Kiste. Und der empty PCP ist weg. Denn der empty PCP ist jetzt hier vorne dran. Er wird dort reingelegt. Wir warten mal lieber nach dem Moment, bis er fertig ist. So, und danach dürfte jetzt der Laser, genau, der Laser fängt an. Ich hole in der Zwischenzeit mal die anderen PCP. Damit das Ding hier mal schön das ganze Zeug durchbrettern kann. Äh, ich zeig dann gleich nochmal, wie das aussieht. So, der Laser ist fertig. Und ihr seht schon, es ist ein Unassembled PCP. So. Der wird jetzt, äh, ergriffen. Von dem Export. So. Und... Wo packt das hin? What the fuck? Warum dreht sich das um 180 Grad? What? So, und das Ding legt jetzt den Printed Circuit Board hier drin ab. Also nicht den Printed, den Unassembled PCP. Und die andere Assembly Unit wird wieder einen neuen greifen, einen neuen empty PCP und wird diesen Prozess hier ausführen, solange wir über 3,5 Bar sind. Und da wir stahlmäßig viel eingestellt haben, dürfte das nicht passieren. Und so bekriegen wir auf jeden Fall einen Haufen empty PCP. Müssen wir einfach nur die empty PCP reinschmeißen. Äh, nicht empty PCP, wir kriegen unassembled PCP. Ähm, ja, relativ cool. Ich zeig nochmal kurz hier der Laser, weil ich finde, ich finde das richtig cool. Mach gleich mal einen Screenshot. So. Und er fängt an. Und man sieht so einen kleinen Laser, und das ist voll schön. Und wir haben einen Unassembled PCP da drin. Der wird jetzt noch rausgenommen von dem Export. Warum der sich immer so weit dreht, keine Ahnung, aber so mir egal. Gut, wir haben die Unassembled PCP automatisiert. Äh, okay, hier. Ich schüttel euch mal die Hand. Gut gemacht. So. Ähm. So, im Pneumatic Wrench brauchen wir erstmal nicht mehr. Das Compressed Eisen nicht. Das nicht. Das nicht. Ähm. So, wir kriegen also Unassembled PCP. Ähm. Ihr seht ja, hier in der Kiste liegt ein Haufen Zeug. Und hier drüben ist jeder Seed einmal angepflanzt. Ich glaube, ihr könnt euch denken, was passiert. Wir werden das jetzt automatisieren. Oh, ja. Hahaha. Und das werden wir komplett machen. Mit, äh, mit Steve's Factory Manager. Yeah. Also, also brauchen wir erst ein paar Spitzhacken. Äh, ein paar Dispender. Und ein paar Inventory Cable. Denn dann kriegen wir ein Blockgate. Äh. Ich brauch davon elf Stück jetzt. Äh, das ist jetzt ein bisschen mühselig, wenn ich ihn erstmal alles hinlegen muss. Äh. Und elf. Gut. So, dann habe ich mir noch eine Adjustable Chest mitgenommen. Die nicht viel machen wird. Die einfach nur als Output dient. Äh, was anderes wird sie nicht sein. Gut. Also, als allererstes setzen wir mal die elf Blockgates so. Inventory Cable drüber. Hier drüben noch ein Machine Inventory Manager drauf. Und, ja, das ist alles. Ihr seht, hier vorne ist Enderplant. Rainplant. Slimeplant. Burstplant. Chumperplant. Repulsing. Propulsion. was jetzt die was jetzt folgendes ist und zwar die blockades oder ich erzähle es wenn wir es benutzen ist vielleicht besser wenn ich es erzähle wenn es überhaupt zum einsatz kommt das hier wird unsere auto hier drinnen werden wir dann die ganzen zieht haben gut ich würde sagen fangen wir an mit einer einfachen gruppe diesmal klicken wir mal rein und machen den trigger der trigger wird also wir brauchen erstmal noch eine variante vielleicht oder wartet ich mach es anders ich mach es mal anders nein nein nicht user preferences nein jetzt habe ich wieder so diese probleme die ich nicht wegkriege ah verdammt ah jetzt haben wir es hier oben gut das habe ich gehabt also glüten ich brauche einen trigger und dann möchte ich gerne eine variabel eine container variabel erstellen nach komm lass dich bewegen diese variabel wird die weiße variabel sein und zwar wird sie alle alle blockades sind die weiße variabel so okay das ist eigentlich alles und dann brauchen wir noch eine variabel und zwar die orangen variabel die orangen variabel sind die lassen wir einfach leer da machen wir jetzt erstmal nichts die lassen wir komplett leer so okay wir haben ein trigger und was der machen wird er wird eine for each loop machen also für jeden einzelnen komponenten und hier können wir zum beispiel variabel verletzten die liste ist die weiße variabel und das element ist die orange variabel hier so container type da können wir jetzt hier noch mal festlegen was für container wir nehmen wollen loop order use all standard cable oder randomized also wir nutzen auf jeden fall alle diese variablen standard weiß nicht wo nach das geht wahrscheinlich irgendwie nach nummern keine ahnung und dann haben wir jetzt hier den input kann man dran ballern und haben wir hier vor ich also für jede orange variabel also für jedes block geht machen wir zweitens wir machen eine condition dann sagen wir wenn wir gehen auf variablen und zwar die orangen variabel auf der vorderseite das ist die ost nicht gegenseitig west westseite und zwar if any so ich habe sie eingegeben das deutschland meine sind wir scrollen 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 ok und zwar wenn wir eine squid plan zieht eine wenig feier 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 habe ich als einiges nicht creeper plant slime rain repulsing enderplant lightning burst potion und den habe ich schon koppel oder proposal wenn wir da ein sieht davor haben wenn irgend so ein ding das davor hat und zwar in der menge von hoch 3 manches mal bei jedem specify mount 3 3 3 3 3 3 3 ja es ist jetzt ein bisschen aber ich will euch mal den kompletten prozess zeigen falls ihr euch auch automatisieren wollt das haben wir das noch so sind noch zwei und eine so war noch so ok also im prüfen jetzt jedes block geht bei jedem tick ob davor das item 3 17 es werde euch fragen das ist nur ein ziel wie kann das jemand 3 sein das block geht guckt immer nach dem drop das heißt sobald eine plant 3 6 droppen würde wird das block geht agieren es wird agieren agieren okay das war falsch so wenn es war ist werden wir ein input machen eine input und zwar aus der variable der orangene auf der westseite und wir werden eine empty blacklist machen eine white list denn ich muss jetzt wieder alles definieren hippie haben 258 items die sieht haben in meinem namen ich darf wieder alle machen so slime rain slime creeper habe ich alle ja ender lightning burst post potion chopper und proposing so dann machen wir jetzt noch folgendes wir spezifizieren dass wir zwei in den input nehmen also ich hoffe es funktioniert so wie ich mir das denke ansonsten das muss über einen buffer machen aber ich hoffe ich habe dann keinen vergessen dann habe ich okay gut also wir importieren zwei items von der variable bei der wir gerade sind also von dem einen block geht so danach machen wir einen output in die chest und irgendeiner seite und die blacklist so ich weiß nicht auswärts zu funktionieren wie ich mir das denke wenn nicht müssen wir es mit dem buffer machen aber das wäre nicht das problem ich habe mir jetzt folgendes gedacht wenn das ding dreist und wir nur zwei weg nehmen muss ja anders haben aber es funktioniert nicht okay also wir müssen mit dem buffer machen das ist natürlich nicht so toll aber kein problem für uns also was wir machen wir machen jetzt noch eine kiste die wir hier in die mitte packen und jetzt machen wir folgendes wir importieren dafür muss ich jetzt allerdings noch mal hier alles löschen wir importieren wenn der variable die orange variabler target west also empty blacklist okay also wir importieren wenn es fertig ist alles so nehmen alles raus und packen es in die kiste das können wir jetzt mal kurz testen na ich glaube ich habe noch irgendwas ich glaube es ist alles verbunden wenn das target ich habe noch mal kriege ich nur zwei raus und ich habe genommen ein so es hilft lustig für sich hin so wie viel ich aus zwei ok also nicht drei sondern zwei da muss ich die condition eindern und zwar muss ich jetzt also auf zwei stellen yippie ich dachte es waren drei das ist jetzt nicht so toll ich ändere das mal kurz so ich habe jetzt schnelles geändert die mit die in und halt hier bei der condition ist jetzt also auf zwei gestellt den output habe ich schon umgestellt auf diese kiste oben das heißt wenn wir jetzt mal warum willst du mich er im bild das heißt er wird warum funktionieren block jetzt nicht ich aktiviere mal alle ich sollte vielleicht ja das ist natürlich sehr dämlich von mir und zwar nicht precise detection sondern fahrzeuge detection und die texte ich könnte auch einfach sie dürfte ein mal gucken was habe ich jetzt gesagt das funktioniert jetzt okay also wir müssen fahrzeuge das war jetzt dämlich von mir also fahrzeuge 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 ich glaube dann wäre sogar die metadatei nicht egal ist jetzt egal so okay dieses land hier oben ihr seht es sind immer zwei und es sind ein bisschen andere diese item punkt plastik wird irgendwas was wir jetzt noch machen müssen wenn wir das ganze ding automatisch auch wirklich richtig komplett funktioniert ist noch mal einen input zu erstellen der aus der kiste von irgendeiner seite das item rausnimmt es wird immer ja nur eins drinnen sein also zwei es sind ja hier oben dann immer zwei items von den einzelnen drinnen und dann werden wir einen output kreieren der exakt eigentlich bräuchte ich gar keinen buffer merke ich gerade so was ich stelle mal ganz kurz wieder um einfach nur weil ich glaube ich brauche keinen buffer für das was ich jetzt vorhaben und zwar werden wir einen output machen auf der westseite und zwar nicht die kiste was ich jetzt ursprünglich gemacht habe sondern die orangen variablen und dann müssen wir allerdings hier in die weit ist alle sieht es noch mal eintragen hat mich hier schon wieder total so 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 und dann müssen wir jetzt einfach hier nur specify immer und auf 1 stellen damit wir nur einen ausgeben sozusagen jetzt weiß ich warum ich ein paar machen wollte ok wir brauchen doch ein paar leute denn ich kann es euch ganz einfach erklären die items werden sich ja mit der zeit anhäufen und das problem an der sache ist was sich dann anhäuft an items hier in dieser kiste wenn wir dann zum beispiel ja hier ein haufen haben davon ist ja das problem er nimmt dann den erstbesten das heißt wir haben dann hier irgendwelche anderen sieht es liegen dass das wollen wir nicht so also wir machen ein output in diese kiste nehmen aus dieser kiste dort ist ja dann erst mal nur ein sie drinnen nehmen wir dann einzig aus platzieren gehen und dann machen wir noch ein output der in unsere kiste geht also in diese erste hier daneben von irgendeiner seite und in die blacklist das heißt alles was dann hier in der kiste noch übrig ist am ende wird direkt so jetzt hätte ich das mal ganz kurz ob das so funktioniert machen meine bürst plant warum packst du beide da rein wahrscheinlich weil ich idiot hier schon wieder fassi detection funktioniert das ding dann eigentlich gleich automatisch machen mal fassi nicht dann jetzt das plant jetzt es funktioniert so wir kriegen zwei komische item namen raus von wegen item punkt plastik plan blablabla aber das kann mir relativ egal sein denn wir brauchen ja eh nur das plastik sehr schön sehr sehr schön das heißt sobald es reif ist wird es abgebaut und wieder hingedroppt und wir haben kein problem mehr und kriegen alle seeds mit drüben rein die gesündung bleibt der okay das hätten wir automatisiert ich freue mich das ding hier arbeitet immer noch wir haben schon 13 hergestellt sehr schön okay damit danke ich mich fürs zuschauen ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen auch wenn ich selber jetzt ein bisschen überfordert wird aber nun gut es funktioniert das ist die hauptsache und deswegen hätte ich jetzt gesagt das war's danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal ich krieg das nicht schön so krieg ich es schön nur noch ein stück noch drin so ordnung muss sein gut dann danke fürs zuschauen bis zum nächsten mal und adieu bis zum nächsten mal Untertitelung des ZDF für funk, 2017